Morgen Leute, wir sind heute noch mal auf einer kleinen Wanderung unterwegs, haben jetzt ein paar Wochen Pause gemacht. Wir machen heute einen kleinen Rundweg um den schönen kleinen Ochtrott. Wenn ihr Lust habt mitzukommen, bleibt ein paar Schritte dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.